hallo zusammen mega mega spannend und geil jetzt glaube ich gleich kitkat chunky kitkat mit keksteig ich habe sowas noch nie gesehen ich bin so aufgeregt auf dieses kitkat das könnt ihr euch gar nicht vorstellen es ist für mich einer der spannendsten tests ever und war auch in der größten entdeckung ever und ich muss das ding jetzt mal direkt aufreißen vielleicht verrate ich euch vorher noch woher es kommt ich habe gehört es kommt aus england ich habe es in deutschland gekauft in einem süßigkeiten delikatessen geschäft das nennt sich mega günstig im beckum beckum findet ihr an der a2 abfahrt und da ist beckum und da gibt es so abgefahrene süßigkeiten und das ist zufälligerweise meine alte heimat ist auch lustig oder den laden gibt es da glaube ich seit zwei jahren und ich bin ja schon vor zehn jahren weggezogen aber jetzt gibt es da einen süßigkeiten laden und der junkfood guru wohnt in hamburg es ist verklopft so ich entfülle mal das kitkat chunky es sieht ganz normal aus finde ich auch ich rieche mal es riecht auch ganz lecker ich muss jetzt unbedingt das wasser im mund zusammen ich weiß jetzt einfach mal rein könnt ihr das sehen ja jetzt wird scharf es ist nämlich hier oben eine richtige cookie teig ich muss jetzt ein bisschen schmacken sorry was ist so eine keksteigfüllung hier oben drin ihr kennt wahrscheinlich auch kitkat chunky mit karamell und co und das verhältnis hier zu keksteig und der kra kitkat waffel ist so hälfte hälfte das ist perfekt das schmeckt richtig richtig geil meine güte das ist also der anteil der waffel ich habe jetzt diesen keksteig abgebissen und der schmeckt und vergleichlich richtig gut wahnsinn was für ein geiles kitkat was ich schon alles für geile kitkats essen durfte kennt ihr noch die cookies and cream waren der richtige mega burner dann habe ich zehn punkten gegeben zehn punkte kitkats kann es geht jetzt soll einfach mehr sorten machen sind einfach so mega 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 cool und auch diese sorte ist richtig geil kitkats chunky mit keksteig bekommt dafür auch volle neun punkte ja ich konnte jetzt keine zehn punkte geben weil ich bei diesen kitkats cookies and cream aufgrund dieser anderen schokolade die ja auch seht ihr nimmt in dem kanal ein bisschen weiter runter kitkats cookies and cream weil ich da weil die so anders mega unfassbar geil waren muss das jetzt neun punkte kriegen aber es schmeckt auch genial also kitkats cookie keksteig ist ein träumchen genuss pur der keksteig schmeckt so wie man sich vorstellt also nicht ganz so extrem wie in dem eis was man so manchmal kauft mit keksteig könnt ihr ja wahrscheinlich von ben & jerrys oder so ein bisschen dezenter aber wirklich wirklich lecker ich liebe es kitkats mit keksteig was für eine erfindung neun punkte für diesen geilen riegel bitte daumen nach oben fürs video kanal abonnieren kommentieren und bis bald tschüss